Hallo Leute, hier ist wieder euer Billy Bones und ich heiße euch herzlich willkommen zu Suft Time, das neue Format auf meinem Kanal. Suft Time ist im Prinzip das gleiche wie Probier Time, nur dass ich in diesem Format Alkohol verköstigen werde. Und mit dieser Flasche werde ich heute hier anfangen, und zwar den Fruchtlikör von Fürstenbach. Der Fruchtlikör ist von Finch Asozial und es heißt Hairy Berry. Die sieht so aus, ich zeige es mal ganz kurz von vorne. Das ist ein sehr schönes Design, finde ich. Das Design sieht ganz gut aus. Ja, so sieht es aus. Ich zeige es hier nochmal. So das Etikett von vorne. Und so von hinten, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, das ist wie gesagt ein Fruchtlikör. Das Besondere an der Flasche ist hier dieses hier unten, ich hoffe ihr könnt das so sehen, diese Ecken hier. Finch Asozial hatte dazu auch mal ein Video gemacht und hat gesagt, dass es was Besonderes ist. Aber was er dazu gesagt hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich habe ja schon lange überlegt, ein Video dazu zu machen. Ich wollte es ja auch an der Anfangszeit machen, der Fruchtlikör ist ja jetzt auch schon drei oder vier Wochen her, dass er rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber ich glaube der ist ausverkauft. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine Flasche geholt, oder zwei Flaschen besser gesagt, habe ich mir geholt. Und ich wollte jetzt unbedingt mal ein Probiervideo für euch machen. Aber erstmal wollte ich mal ganz kurz sagen, ich habe ja gesagt, dieses Design sieht schon ganz cool aus und ist alles ganz cool. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier nichts draufsteht. Dass hier nichts draufsteht, dass es von Finch Asozial ist. Das ist hier nirgendwo zu sehen. Auch hier hinten steht nichts drauf, dass es von Finch Asozial ist. Finde ich ein bisschen schade, weil ich jetzt gedacht, dass gerade so eine limitierte Flasche oder so eine Flasche, die jetzt hauptsächlich seine Fans gekauft haben, Hätte ich das irgendwie schöner gefunden, hätte es irgendwie draufgestanden, dass es von Finch Asozial ist. Und das kann man leider hier auf dieser Flasche nicht sehen. Man hätte es ja hier irgendwie eingravieren können. Oder hier zum Beispiel Finch Asozial, bei Finch Asozial oder so raus schreiben kann. Oder hier nur mal so ein Beispiel, was ich auch cool gefunden hätte. Also hier, wenn man hier auch draufgeschrieben hätte, Fürstenbach. Denn hier hätte man so ein Bild von Finch Asozial genommen, wie er irgendwie so macht und die Flasche in der Hand hält oder so. Und dann bei Finch Asozial oder so, das hätte man so vielleicht hier oben draufdrucken können. Das wäre irgendwie cool gewesen, wenn es jetzt irgendwie zu sehen wäre. Es hat auch mehrere Gründe. Einmal zum Beispiel habe ich überlegt, als ich dieses Format anfangen wollte, das ist schon vor diese Flasche, also bevor er angekündigt hat, dass er ein Likör rausbringt, habe ich schon mal überlegt, ein Format zu machen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert im Internet und das liest natürlich ein bisschen schwer recherchieren oder herauszufinden, welcher Rapper schon Alkohol rausgebracht hat. Da wäre es sinnvoll gewesen, weil viele Rapper bringen Alkohol raus. Das wollte ich sagen, viele Rapper bringen Alkohol raus und schreiben nicht rauf, dass es von denen ist. Wie zum Beispiel Rav Camorra und Bones MC, die haben es ja raufgeschrieben. Die haben ja Wodka rausgebracht, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Da haben sie raufgeschrieben, da steht denen auch ihren Namen drauf, von Bones MC und Rav Camorra. Das finde ich vorbildlich, das finde ich ganz cool. Das sieht man dann sofort, wenn man dann durchschaut, dass es von den beiden ist. Wahrscheinlich will er Fürstenbach so als eigene Marke rausbringen und nicht ohne seinen Namen und so. Aber für die Fans, so eine Fan-Indition hätte ich auch ganz cool gefunden. Auf jeden Fall, das ist eine Sache. Und ich finde, wenn man den jetzt in den Laden sieht, dann fällt die jetzt nicht besonders auf. Ja, außer man hat sie dann in der Hand und dann sieht man dieses besondere Design hier unten und so. Wenn man sie in der Hand hat, dann fällt die Flasche auf jeden Fall schon auf. Aber wenn sie jetzt so zwischen ganz viel Alkohol steht, dann fällt sie jetzt nicht ganz so gut auf. Ist meiner Meinung nach. Und was ja auch ganz gut wäre, wenn jetzt irgendjemand zu Besuch kommt und sieht diese Flasche, der sieht dann nicht sofort, dass es von Finch asozial ist. Weil man muss es dem Besucher dann erst zeigen. Hier, guck mal, das ist von Finch asozial. Der sieht das nicht sofort, dass es hier irgendwie draufsteht. Das sind so die Gründe, die ich sagen würde, dass es irgendwie cooler wäre, wenn es irgendwie draufstehen würde. Auch besonders wegen der Limitierung und so. Ist ja auch egal. Das war jetzt einfach nur mein Gedanken zu der Flasche. Und ich würde mal sagen, ich mache das hier mal auf. Ich habe hier schon ein Glas bereitgestellt. Und gieße mir mal was ein. Ja, so. Ach, ich habe ja noch nicht gesagt. Nee, ist ja egal. Die Anfangsschwierigkeiten mit dem Shop, die lassen wir mal beiseite. Da gab es ja ein paar Probleme. Die wollte ich jetzt nicht ansprechen. Oh, das riecht sehr süß. Das riecht süß. Ja. Hat einen süßen Geruch. Ja. Richtig gut. Der Geruch ist gut. Der gefällt mir. Ich werde mal eingießen. Ich werde mal was eingießen. Ja. Der Geruch ist auf jeden Fall sehr gut. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist ein sehr schöner Geruch. Das riecht so richtig nach Blaubeere. Ja. Das ist ein sehr... Der Geruch ist so wie Blaubeere. Ich packe es mal hier hin. Und dann werde ich hier mal dran riechen. Ja. Wirklich sehr... Ein sehr guter Geruch. Sehr... Es ist sehr... Es riecht sehr nach Blaubeere. Ja. Wirklich sehr gut. Von Geruch gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt werde ich gleich mal probieren. Mhm. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Es ist süß. Ich werde es nochmal probieren. Süßer Geschmack. Ein bisschen säuerlich. Es ist ein bisschen säuerlich und süß. Und ähm... Ich werde mal nochmal direkt nochmal einen Schluck trinken. Es ist auf jeden Fall... Gefällt mir der Geschmack. Der Geschmack ist echt gut. Ich mag ja Blaubeere. Blaubeere ist eine sehr gute Frucht. Die gefällt mir. Ähm... Auf jeden Fall. Ich würde es echt so sagen. Das ist... Also ich würde schon sagen, das ist so leicht säuerlich süß. Schmeckt nach Blaubeere. Und ähm... Ja, wie so ein Bonbon. Ja, das ist wie so ein Bonbon, würde ich sagen. Ja, wenn man so ein Bonbon lutscht. So mit so Blaubeeren Geschmack oder so. Das ist echt ein cooler Geschmack. Wirklich. Ja. Ja. Ja, das schmeckt echt geil. Ja. Ich würde auch sagen. Jetzt, wenn jetzt irgendjemand so gegen Fruchtlikör ist oder so. Kann er das auch wirklich mal probieren. Sich mal eine Flasche gönnen. Ich weiß nicht, ob man den noch in den Laden... Also ob der jetzt noch irgendwann in den Laden kommt oder so. Oder auf der Webseite. Ich werde die Webseite auch mal verlinken. Kann man sich jetzt ohne Bedenken mal holen. Eine Flasche mal zum Kosten. Ich glaube, jemand, der jetzt nicht so Fruchtlikör mag, würde hier eigentlich auch... Der würde den schon mögen, denke ich mal. Ich gieße mal mir nochmals ein. Weil der schon eher so ist wie so ein... Das ist jetzt nicht so der überkrasse Fruchtlikör. Also ich meine jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine, das schmeckt schon echt geil. Aber es schmeckt eher so wie so ein süßer Bonbon. Wie so ein süßer Bonbon mit Heidelbeere. So würde ich das empfinden. Und da denke ich, dass selbst jemanden, der kein Fruchtlikör mag, das hier auch ohne Bedenken trinken kann. Und was man auch sagen kann. Der Alkohol schmeckt nicht so doll raus. Man schmeckt nicht so übertrieben Alkohol raus. Das ist schon mal ganz gut. Das ist eine ganz coole Sache. Also mir gefällt der. Wenn ich den jetzt irgendwo in der Laden stehe, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Und mir auch mal die eine oder andere Flasche nochmal gönnen. Ja, auf jeden Fall. Also vom Geschmack her ist der echt gut. Der Alkohol kann sich zwischen den ganzen Likör auf jeden Fall sehen lassen. Also so ein Likör habe ich glaube ich noch nicht getrunken. Es hat einen wirklichen sehr guten Geschmack. Ja. Es ist ein wirklich sehr interessanten Geschmack. Ja. Ich kann den auf jeden Fall nur empfehlen. Es riecht sehr gut. Sehr, sehr gut. Und es schmeckt ihr auch sehr gut. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist wirklich ein sehr guter Likör. Kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr die mal irgendwo sieht. In den Laden oder so. Ja. Oder im Internet, falls man die noch bestellen kann. Könnt ihr euch ohne Bedenken auf jeden Fall mal eine Flasche holen. Und selbst wenn ihr den nicht mögt, dann gibt ihr irgendjemanden, der gerne Likör trinkt. Oder ein Fruchtlikör trinkt. Der wird den bestimmt auch mit Kusshand nehmen. Also wie gesagt, das ist wirklich ein schöner Likör. Das schmeckt echt gut. Ja und ich würde mal sagen, das war es hier mit dem Video zu diesem Probier-Time, zu diesem Likör. Von Finch Asozial. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ciao. Ciao.